... kalifornische Band gebraucht, um zur Supergruppe zu avancieren. Die ersten drei Alben waren sehr stark in der Instrumentalisierung, das hat sich jetzt geändert. Nach dem Einstieg des Liedsängers Steve Perry ist der Gesang in den Vordergrund getreten. Ein bisschen was zur Gruppe, die ist sehr stark besetzt eigentlich, und zwar primär durch zwei Santana-Leute. Der Keyboardmann hat viel alt mit Santana eingespielt und der Liedgitarrist auch, und er hat sehr großes Lob bekommen, unter anderem von Eric Clapton. Genug der Rede, jetzt kommt Musik. Just the Same Way, Journey! Yesterday was a good day Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2020